Der schönste Stadtteil in Berlin ist? Halensee. Warst du schon mal in Berghain? Nein. Wann hast du zum letzten Mal geweint? Kann ich mich nicht dran erinnern. Wurdest du schon mal mit jemandem verwechselt? Ja. Mit wem? Mit meinem Bruder. Der krasseste Ort, an dem du je warst. Wenn du betrunken bist, dann? Ich trinke nicht. Was kann Stefan Kunz besser als jeder andere Trainer? Er kann sehr gut mit jungen Spielern umgehen. Wer ist dein Lieblingsmusiker? Ich habe keinen explizit Lieblingskünstler. Vielleicht Shindy. Instagram ist für mich? Ja, Social Media. Mehr Schein als Sein. Wie nennst du deine Mutter? Mama. Vielen Dank. Gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und für das nächste Video, klickt irgendwo hier. Sehr gut.